Ich habe die große Ehre, neben Fricka Haug zu sitzen und den sogenannten Chair zu bilden für die Moderation, die sich an ihren Vortrag anschließende Diskussion. Ich habe mir überlegt, dass es keinen Sinn macht, Fricka Haug vorzustellen. Wir sind alle hier, weil wir sie kennen und schätzen. Ich wollte nochmals auf diese kurze Vignette zurückkommen, weil ich sie so bezeichnend finde, dass es nämlich keine Zitate, Autorinnen und Fussnoten gibt zu diesem Begriff Marxismus-Feminismus oder Feminismus-Marxismus. Ich glaube, dass im besten Sinn genau diese Geschichte wiedergibt, was eigentlich das Zentrale auch für mich der Frauenbewegung und der feministischen Bewegung ausmacht, dass wir schon immer eine Theoriebildung in Gemeinsamkeit angestrebt haben, wo es eben nicht die Autorin gibt, sondern es ist immer eine kollektive Praxis, die wir gewonnen haben aus der politischen Praxis, also eine Theoriebildung, die wir im Kollektiv machen. Und ich wünschte mir für diese Tagung, dass das im Zentrum steht von dem, was wir hier tun, dass wir diese gute, schöne Tradition weiter ausbauen, kultivieren. Und für mich ist Fricka Haug eigentlich so eine Figur, ich kenne sie seit den 80er Jahren aus den Texten, aber erst seit ein paar Jahren persönlich, die für diese Tradition stand. Und bezeichnenderweise gibt es eben nicht die Urheberin für diesen Begriff, für den du aber gleichwohl stehst. Und dass du diese Gratwanderung zustande bringst, etwas eben auch wieder zu bündeln, dass es sichtbar bleibt und nicht einfach untergeht in einem postmodernen Anything Goes und trotzdem in dieser Bewegungstradition bleibst. Ich glaube, das ist deine große Leistung und so bin ich sehr gespannt zu hören, was du uns heute zu erzählen hast. Danke. Kann man es so gut hören oder nicht so doll? Du kannst es hören, ja. Ich danke euch, dass ihr schon so großfreundlich zu mir gesprochen habt und auch zu dem, was wir tun, wie wir an der kollektiven, an der Steigerung des kollektiven Bewusstseins in dieser Richtung gemeinsam arbeiten. Ich begrüße auch alle diejenigen, die schon vor vier Jahrzehnten, überleg mal, wie alt wir jetzt alle sind, eigentlich am Stock mühsam die Treppen hier hochkommt und so, gearbeitet haben. Wir seit mehr als vier Jahrzehnten an diesem Verhältnis zwischen Marxismus und Feminismus festhielten, weil wir gegen alle Versuchungen vom Marxismus nicht lassen wollten und zugleich die feministischen, respektlosen Fragen ebenfalls für absolut notwendig hielten. Ich begrüße auch alle anderen, die in diesen Jahrzehnten dazugestoßen sind. Das ist Gott sei Dank die Mehrheit hier im Raum. Und gerade in dieser vielfältigen Krise, in die uns die kapitalistische Produktionsweise global getrieben hat, erkennen, dass feministisches Eingreifen nicht Luxus ist, den wir uns jetzt in Kriegsszenarien und ökologischer Katastrophe nicht leisten können, sondern dass unser Protest vom Standpunkt des Lebens existenziell ist und gerade jetzt. Ich sollte etwas dazu sagen, wie der Titel sagt, dass Geschlechterverhältnisse als Produktionsverhältnisse zu fassen sind. Das ist ein langes Kapitel, aber ich muss das gar nicht lang ausführen. Katja hat schon streifend dazu gesprochen und außerdem ist es abgedruckt in dem Programmheft, das könnt ihr nachlesen und es gibt es auf Englisch in dem Buch, was später heute vorgestellt wird. Ich weiß nicht, wie Schere Satmochab sich spricht, als Herausgeberin von Marxism und Feminism, da ist es auf Englisch abgedruckt und es ist in der vier in einem Perspektive ebenfalls abgedruckt, also man kann das vielfältig nachlesen, wer da Hand und Fuß bekommen will. So konzentriere ich mich, mache das ganz ultra knapp und konzentriere mich in der Hauptsache auf den Trennungszusammenhang von Marxismus und Feminismus, beide in Bewegung. Das Geschlechterverhältnis überhaupt als Produktionsverhältnisse zu fassen, ist wiederum das Resultat einer ganz langen Lernerfahrung Jahrzehnte. Es unterstellt, dass alle Praxen in der Gesellschaft durch Geschlechterverhältnisse herrschaftlich kodiert sind und dass wir zum Begreifen von Gesellschaft genötigt sind, dies grundlegend zu untersuchen. Die Begründung dafür ist, dass hat auch Katja eben kurz, das macht ja nichts, wenn er das doppelt hört, denke ich, weil es sich dann besser einschreibt in die Gehirnrinde. Begründung ist also die Doppeltheit der gesellschaftlichen Produktion, nämlich einerseits Leben zu produzieren, eigenes und fremdes, andererseits Lebensmittel. Wir wissen schon, dass die Produktion des Lebens sich auf neues Leben, also Fortpflanzung, bezieht, sowie auf das eigene und seine Erhaltung. Diese beiden Produktionen nennen wir landläufig Reproduktion, obwohl das missverständlich ist und von uns auch geändert werden sollte, weil natürlich auch die Produktion von Lebensmitteln eine Reproduktion braucht, nämlich die gesamte gesellschaftliche Anordnung, die Wiederbeschaffung von Kapital, der Verkauf des Produzierten und so weiter, voraussetzt die Instandsetzung des Bereichs und seine Regulierung. Alles zusammen heißt ja auch Reproduktion, sodass wir mit diesem Begriff ziemlich schräg dran sind. Die Unterscheidung kann sich doch gar nicht dann die zwischen Produktion und Reproduktion sein, sondern die zwischen Leben und Lebensmitteln. Und entsprechend sollte man statt Reproduktion vielleicht von lebenserhaltenden und lebensentwickelnden Tätigkeiten sprechen. Das können wir in der Diskussion mal ausprobieren. Der Zusammenhang zwischen Frauenunterdrückung oder Marginalisierung und Kapitalreproduktion, den wir begreifen wollen, der kann nicht aus den Gesetzen des Kapitalismus allein verstanden werden. Umgekehrt ist der Kapitalismus als ein Zivilisationsmodell zu verstehen, welches das Auseinander der Bereiche von Lebensproduktion und Lebensmittelproduktion zugespitzt hat und sich der überlieferten Herrschaft in dem einen Bereich, wo es ums Leben geht, für seine Zwecke zu bedienen weiß. Es sind immer noch zwei Bereiche. Wir können davon ausgehen, dass sich die Entwicklung der Produktivkräfte, diese marxistischen Begriffe benutze ich einfach ohne weitere Erläuterung, weil ihr die alle kennt, also die Entwicklung der Produktivkräfte ebenso wie die Frage, was als Fortschritt gilt und auch die Anhäufung von Reichtum, allesamt auf den Bereich der Produktion der Mittel zum Leben beziehen, der darum der Relevantere scheint und der sich also den der Produktion des Lebens als Voraussetzung und Resultat unterworfen hat. Von Anfang an hat kapitalistische Produktion eine Grundlage, die an der eigenen Zersetzung arbeitet, an Einsparung eben von Arbeit, die die Quelle ihres Profits ist. Ein ganz dialektisches Verhältnis, ein Zwang in steter Veränderung zu denken. Es geht also um zwei Produktionen mit zwei Zeitlogiken. Schneller, rationeller, sparsamer die eine, sorgsam, pfleglich, erhaltend, zeitlich, ausgedehnt, ja langsam die andere. Der größte Teil der für das Überleben von Menschen notwendigen Tätigkeiten, die von ihrer Qualität her nicht der Logik der Zeiteinsparung folgen können, wird ausgelagert. Das heißt, auf der ideologisch-kulturellen Ebene zählen sie nicht als Arbeit. Auf der Ebene der Organisation von Arbeiten heißt das, dass sie zumeist nicht in der üblichen gesellschaftlich anerkannten Lohnform entgolden werden, also umsonst oder ganz billig. Auf der Ebene der Gleichheit der Menschen, dass sie von Ungleichen getan werden müssen oder ungetan bleiben. Die schon vor dem Kapitalismus vorhandene Frauenunterdrückung hat die Aufpräfstruktur für eine solche Organisation gesellschaftlicher Gesamtarbeit geboten. Zugleich herrscht die Fiktion, die ganze Gesellschaft sei von gleichen und freien Menschen nach den gleichen Prinzipien, wir sind jetzt im Kapitalismus, wo diese Fiktion ist, nach den gleichen Prinzipien von Leistung, Wachstum, Zeiteinsparung und Profit geregelt. Das Problem, dass Menschen sich zugleich frei entscheiden und Unfreiheit wählen, ist so gut auf den Ebenen von Lohnarbeit und Frauenmarginalisierung gleichzeitig in eine lebbare Form gebracht. Insofern können wir davon ausgehen, dass es einen stringenten Zusammenhang zwischen kapitalistischer Produktionsweise und Frauenunterdrückung gibt. Das war lange sehr umkämpft, das wird jetzt hier beinahe behauptet. Dass also Kapitalismus zu seiner Aufrechterhaltung des kontinuierlichen Einsatzes tätiger Menschen bedarf, die nach anderen Logiken von Zeit und in anderen Formen als denen des Lohns tätig sind. 1985, also schon vor 30 Jahren, so langsam gehen Erkenntnisse voran, habe ich einen ersten Versuch gemacht, mich der Problematik der zwei Zeitlogiken von einer politischen Seite her anzunähern. In die damalige Diskussion um die Verkürzung der Arbeitszeit, das war damals die 35-Stunden-Woche, die stand auf der Tagesordnung, habe ich die Dimensionen des Sozialen, Reproduktion der Menschen und ihrer Entwicklung und des politischen Erwerb und Praxis der Kompetenzen in die Regulierung der Lebensbedingungen überhaupt einzugreifen, als Dimensionen von Zeit nachgetragen. Ich schlug vor, die Debatte um die sogenannte Doppelbelastung von Frauen durch Erwerbs- und Hausarbeit, das haben wir ja bis heute, in eine Frage widersprüchlicher Zeitlogiken zu verschieben. Die Forderung nach einer radikalen Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit wollte ich verbinden mit einem Wissen darum, dass in der Tat eine Verlängerung der Arbeitszeit mit einem anders weiter gefassten Arbeitsbegriff die Folge sein müsste, wenn Menschen in der Lage sein sollen, über die Bedingungen ihres Handelns und über ihre Entwicklung mit zu verfügen, beziehungsweise, dass die Ausfüllung des Tages mit Lohnarbeit, auf jeden Fall Frauenunterdrückung auf der einen Seite und politische Unmündigkeit sowie kulturelle Unterentwicklung auf der anderen reproduziert. Auf Basis der biologischen Ungleichheit der Geschlechter und der historisch-archaischen Unterwerfung des weiblichen Geschlechts lassen sich Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit vergleichsweise umstandslos aufrechterhalten, als seien sie allgemeingültige und realisierte Werte. Die patriarchale Struktur wird vervollkommnet durch die Notwendigkeit, das Zueinander solcher unterschiedlicher Zeitlogiken und Tätigkeiten im Gesellschaftsganzen politisch zu regeln, was der Logik der Sache nach unbedingt Männerbünde voraussetzt. Ich glaube, das kann man schon denken, wenn man sich die Anordnung anguckt, es müssen Männerbünde sein. In dem, was wir heute als Frau kennen, ist also das Überleben der Menschheit in der Verkehrung eingesperrt und die Unterdrückung des weiblichen Teils der Menschheit festgehalten. In der praktischen Einengung der Arbeitsfrage auf die profitbringenden Tätigkeiten stellt sich die Gattungsfrage. Das ist heute doppelt wörtlich zu verstehen. Die Produktion um der Produktion willen hat die Menschheit schließlich dahin gebracht, dass die Erde vernichtet zu werden droht, die Nahrungsmittel vergiftet sind, die Städte unbewohnbar werden. Insofern sind in der Frauenunterdrückung zugleich die Ausbeutung und Vernachlässigung der Natur und die des Überlebens der Menschheit eingeschrieben. Da sieht man, wie dringlich das heute auseinander zu diskutieren ist. Da die Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern mit der Natur des einen Geschlechts begründet wird, wachsen auch andere Arbeitsteilungen den Herrschenden und Beherrschten als Naturbegabungen zu und können selbst die Hierarchie unter den Lohnarbeitern noch als natürliche Unterschiede legitimieren. Die Lohnkämpfe werden in dieser Weise als Männerkämpfe geführt, gekrönt vom männlichen Ernährerlohn, der das Funktionieren des kapitalistischen Zivilisationsmodells in die individuelle Zuständigkeit verlagert. An dieser Stelle steht in der Frauenbewegung der Vorschlag, den Arbeitsbegriff um die Hausfrauentätigkeit zu erweitern. Dass dies als Eingriff in das gesamte Zivilisationsmodell des Kapitalismus verstanden wird, ist selbst eine politische Tat und ein kultureller Kampf, für den in 40 Jahren Frauenbewegung für den 40 Jahre Frauenbewegung stehen. Es ist auch ein Kampf gegen männliche Herrschaft, der wegen des zusammenpartiellen Zusammenwirkens, das ist ein Knüppelsatz jetzt, deswegen spreche ich etwas langsamer, wegen des partiellen Zusammenwirkens von Kapital und Patriarchat. Nur gewinnbar wird, wenn die unterschiedlichen Bewegungen sich so vernetzen, dass sie sich wechselseitig unterstützen können, statt einander zu delegitimieren. Dabei bleibt aber die Marx'sche Frage, nach der Möglichkeit einer Selbstvergesellschaftung der Menschen, nach der gemeinsamen und also herrschaftsfreien Regelung ihrer Lebenstätigkeiten, aktuelle Forschungs- und Politikfrage, gerade für Frauen, durch Hineinnahme des Standpunktes der Frauen können wir mehr Dialektik in den vorhandenen Marxismus bringen. Ja, durch den expliziten Bezug auf das Besondere der Frauen statt einer impliziten Gleichsetzung des Männlichen mit dem Allgemeinen wird die Fassung des Allgemeinen radikalisiert. Es wird offenbar werden müssen, dass das, was allen gemein sein könnte, erst noch zu erringen ist. Der Herrschaftszusammenhang von Kapitalismus und Patriarchat muss konkret in allen Lebensbereichen herausgearbeitet werden, um eine Frauenbefreiungspolitik zu ermöglichen, welche die ständige Reproduktion von Männerherrschaft im Fundament der Gesellschaft umzuwälzen sucht. Die gleichzeitige Artikulation von Erfahrungen aus der individuellen Reproduktion, ich benutze dieses Wort weiter, weil ich noch kein besseres habe, mit den großen Fragen der Gesellschaftsstruktur zieht die Fragen der Gleichstellung über die bloße Gleichberechtigung hinaus in eine befreite Gesellschaft. Sie zieht die individuellen Erfahrungen ins Öffentliche und ermöglicht ihre Einbeziehung in den Traum von einer anderen Gesellschaft. Was gewinnt man also, wenn man Geschlechterverhältnisse als Produktionsverhältnisse fasst? Man begreift Frauen und Geschlechter nicht länger als metaphysische Größen, sondern als Einsätze in Verhältnissen. als historisch sich ändernde Größen und erkennt, wo eingegriffen werden sollte. Es geht nicht um die Beziehungen der Geschlechter zueinander, sondern die Produktionsverhältnisse selber gehören in den Feminismus gezogen und umgebaut, besetzt und anders gestaltet. Im Kern geht es um die Ökonomie der Zeit. Im kapitalistisch herrschenden Ringen um Zeit muss die Seite des langsamen Menschlichen unterliegen, weil die Produktion um des Profits willen gepanzert ist mit dem Reichtum der Dinge, mit Militär und Staat. Wie dies konkret ausgetragen wird, leben wir gegenwärtig in stets zuspitzender Krise, in Volkerwanderung, von Hunger und Elend, in großen Teilen der Welt, in Krieg und Zerstörung. Vom Standpunkt der Menschen ist feministisch-marxistischer Vorschlag für die Politik, was Katja auch schon angedeutet hat und ihr im Programm habt, die Politik um die Vier-in-Einem-Perspektive, also für die Politik um Zeit, die Vier-in-Einem-Perspektive, die wir als nächstes als Workshop haben. Sie ist Kompass, um klarer zu sehen und entsprechend zu handeln, welche Bereiche in je verschiedenen Logiken des Zeitverbrauchs und seiner hierarchischen Anordnung einen Platz brauchen, wenn es ein gutes Leben werden soll. Das ist der Zielbegriff. Im Studium der Widerstände gegen eine so einfache Lösung, den menschlichen Alltag anders einzuteilen, erkennt man, dass die jeweilige Gewichtung eingelassen ist in unsere Kultur. Sie ist tradierte Lebensweisung, in die schon Herrschaft und Subalternität ihre Posten besetzen und verteidigen. Ohne große Schwierigkeit erkennt man sogleich, dass auf der weiblichen Seite lebendiges Heim und Wohlsein gewissermaßen auf Kosten derer, die dies häuslich bewerkstelligen sollen, situiert ist. Wo auch Frauen in den Lohnarbeitsbereich einbezogen werden, folgen Stress und Vernachlässigung. Frauen können sich keine Kinder mehr leisten, sobald sie den Ernährer, der Haustheran war, in neoliberaler Freiheit los sind und mit ihm ihre Existenzgrundlage. Sie werden wahrgenommen als Karrierefrauen, nicht etwa als solche mit Anspruch auf Selbstverwirklichung, als egoistisch, nicht etwa als kompetent, kommen ihren natürlichen Aufgaben nicht nach, die gesellschaftliche Reproduktion unauffällig zu garantieren. Das Ganze geht neoliberal global über die Grenzen der Völker. Das nennt man dann Karrierefrauen beuten Migrantinnen aus. Aber mit ein wenig klarem Kopf erkennt man, dass in kapitalistischen Gesellschaften die Reproduktion der Menschen selbst, die sorgende Freundlichkeit für alle, nicht vorgesehen ist. Keine gesellschaftliche Aufgabe zu sein scheint, dass kurz gesprochen die Profitproduktion buchstäblich über Leichen geht, ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Es scheint keine Frage der Moral, machen wir es dazu. In den Kämpfen um Zeit gibt es Allianzen, die zum Herrschaftsknoten geschnürt sind. Früh im kapitalistischer Zeit, sehr spannend zu untersuchen, übrigens in kapitalistischer Zeitrechnung, lässt sich erkennen, dass der Lohnarbeiter männlich sein muss. Er muss selbst umsorgt werden und braucht ein Verhältnis zu seiner Werktätigkeit, das den Standpunkt des Lebens in einen Teil der Lohntüte verwandelt hat. So sieht man, wenn man das historisch in der Entwicklung kapitalistischer Produktionsweise verfolgt, dass Schutz der Familie, Ernährerlohn, Geringwertigkeit weiblicher Hausarbeit allesamt zu den Widerständen und zur Selbstbehauptung und zum Inventar eines Verhaltens gehört, mit dem die Arbeiterklasse gegen das Kapital antritt. Es gibt also Allianzen von Kapital und Arbeit gegen das Eindringen von Frauen in die Lohnarbeit. Das nennt man dann Schutz vor fachfremder Arbeit, gewerkschaftlich gesprochen. Man kann das studieren, historisch. Es gibt männliche Privilegien, das sieht jeder, eine männliche Arbeiterbewegung, die die Rechte sichert, beziehungsweise dies versucht, solange sie stark ist und der kapitalistische Hunger noch nicht die globale Welt durchrast hat, technologisch unterstützt, an keinen bestimmten Ort mehr gebunden, ist für die Ausbeutung der Lohnarbeit, sondern dies allerorts beweglich tun kann. Das schwächt die Arbeiterbewegung. Ein unglaublich weites Feld, in dem Hunger und Elend die Begleiter der Menschheitsentwicklung sind und Gesellschaften offensichtlich immer reicher werden und immer ärmer. Was bringt es also, marxistisch und feministisch zugleich zu denken und so politisch wissenschaftlich zu arbeiten? Es sind zwei Seiten der gleichen Medaille, schreibt Helen Kolle, die leider ihr Bein gebrochen hat und deswegen nicht hier ist. Das ist richtig, aber die Medaille gehört dafür umgeformt. Dies ist, wozu wir angetreten sind, Grund, dass wir erneut in den großen Katastrophen des 21. Jahrhunderts uns zusammenschließen und Eingriffe versuchen. Wenn man den Abstracts in dem Programmbuch folgt, wird man leicht erkennen, dass die Einzelnen an ganz verschiedenen Ecken dieser unerträglichen Produktionsverhältnisse arbeiten, die einen mehr zu Gewalt, die anderen begrifflich, an Sprache, an Geschichte, aber ebenso wird man erfahren, dass uns genug eint, dass wir die einmalige Chance nutzen können und unter unser politisch-theoretisch- marxistisch-feministisches Feld zu bestellen und uns zukünftig haltbar zu gewinnen. Es geht schließlich ums Ganze. Jetzt kommt ein letzter radikaler Einschub. Ich hatte das konjunkturelle Glück, mit Arbeitsforschung in gewerkschaftlich-strategischem Denken begonnen zu haben als Marxistin mit sozialistischen Hoffnungen. Das gibt für feministischen Marxismus einen besonderen Halt in doppelter Erfahrung und so etwas wie intolerante Toleranz. Gerade weil die gewerkschaftliche Fundierung zur eigenen Biografie gehört, kann die stete Wiederholung angeblich marxischer Sätze über Klasse- und Arbeitskämpfe und die Nebensächlichkeit der Frauenkämpfe auf polemische Ablehnung stoßen bei gleichzeitiger Toleranz sie ermüdet, einfach stehen zu lassen und was anderes zu tun. Aber die dogmatische Vereinnahmung des Dialektikers Marx für die metaphysischen Positionen des Gewussten und für Wahrgehaltenen führt auch widerständig zur immer erneuten Lektüre marxischer Texte, die lange noch nicht ausgeschöpft sind und sich gerade für den jungen feministischen Marxismus als eine Quelle weiterer Erkenntnis erweisen. Man lernt unglaublich viel. Dazu gehört die bewegliche Respektlosigkeit auch überholtes zurückzuweisen. Marx selbst aus der metaphysischen Vereinnahmung zu befreien und ihnen die Zeit zu holen wird insofern eine feministische Aufgabe, weil der lange Weg der Eintragung der Frauen in ein sozialistisches Projekt, die vielen Gegner solcher Versuche aus den falschen Bündnissen loswerden muss mit Marx. Bedenken wir, dass Marxismus Marxisches Denken und Arbeiterbewegung ist, dann ist seine Stärke zugleich mit seiner Begrenzung deutlich. Rosa Luxemburg fragt, ob ein wirkliches Bedürfnis der Zeit nach theoretischer Arbeit vorliege und vor allem, das ist Zitate immer, und vor allem, ob wir als Sozialisten ein Bedürfnis nach theoretischer Weiterführung der Lehre über Marx hinaus haben. Für die Arbeiterbewegung verneint sie diese Frage. Die Entstehung des Mehrwerts, das heißt die wissenschaftliche Erklärung der Ausbeutung sowie die Tendenz der Vergesellschaftung des Produktionsprozesses, das heißt die wissenschaftliche Erklärung der objektiven Grundlagen der sozialistischen Umwälzung sind alle entwickelt in Band 1 des Kapital und haben damit das eigentliche theoretische Bedürfnis der Arbeiterbewegung im Großen und Ganzen befriedigt. Immer noch Luxemburg. Sie braucht für ihren Klassenkampf den dritten Band des Kapitals nicht. Sie fährt fort, aber wie mit der Marxischen ökonomischen Lehre steht es mit der theoretischen Forschung überhaupt in unserer Bewegung? Es ist nichts als eine Illusion zu denken, die Aufstrebende Arbeiterklasse könne durch den Inhalt ihres Klassenkampfes aus freien Stücken auf theoretische Gebiete ins Unermessliche schöpferisch wirken. Sie erinnert an die Schranken, die der weiteren Aneignung der Marx'schen Lehre in der Arbeiterbewegung entgegenstehen, auch wie sie mit womöglich überholten Teilstücken sich zufrieden gibt, weil unsere Bedürfnisse noch nicht für die Verwertung der Marx'schen Gedanken ausreichen. Sie endet emphatisch, so rächen sich die von Marx theoretisch aufgedeckten sozialen Daseins Bedingungen des Proletariats in der heutigen Gesellschaft an den Schicksalen der Marx'schen Theorie selbst. Ein unvergleichliches Instrument der geistigen Kultur liegt sie brach, weil sie für die bürgerliche Klassenkultur untauglich ist, die Bedürfnisse der Arbeiterklasse aber nach Kampfes Waffen weit überschreitet. Und erst mit der Befreiung der Arbeiterklasse aus heutigen Daseins Lebensbedingungen wird mit anderen Produktionsmitteln auch die Marx'sche Forschungsmethode vergesellschaftet, um zum Wohle der ganzen Menschheit zu ihrem vollen Gebrauch, zu ihrer vollen Leistungsfähigkeit entfaltet zu werden. Betrachten wir an dieser Stelle nicht, woran das staatssozialistische Projekt gescheitert ist, sondern springen auf die Seite der neuen Bedürfnisse nach theoretischer Durchdringung von Seiten der sich in der französischen Revolution schon regenden, im 20. Jahrhundert weiter herausbildenden Frauenbewegung. Besichtigen wir die immer neu ansetzenden Versuche ihrer Niederhaltung auch durch Kräfte aus der Arbeiterbewegung und umgekehrt das Tasten und Suchen wieder Luxemburg nach Mitteln und Wegen, das Sein mit dem Denken, nämlich die geschichtlichen Daseinsformen mit dem gesellschaftlichen Bewusstsein in Einklang zu bringen. Ich arbeite mich in meinem neuen Buch, was auch noch hier vorgestellt werden wird, an den Stillstellungen der fruchtbaren Marx'schen Theorie ab, auch durch die Arbeiterbewegung und kritisch auch an Marx selbst. Aber immer wieder geht der Weg Ratssuchen zurück zu Marx. Nehmen wir etwa das axiomatische Welt, wie Brecht das nennt, in dem Marx'sches Denken seinen politisch-ethischen Sinn findet. Es beginnt mit dem von Katja zitierten kategorischen Imperativ alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Das hört sich noch sehr allgemein an, sodass auch Frauenbewegung sich sofort aufgerufen fühlen kann. Dies umso mehr, als die darin gesprochenen Aufgaben sich geradezu wie Aufforderungen an fürsorgliches Handeln lesen lassen, bis auf das kraftvolle Umwerfen, was wiederum den Bezug zur Arbeiterbewegung erkennbar macht. Auch in der positiven Formulierung auf Verhältnisse zu orientieren, in denen, wie der Marx, die freie Entwicklung eines jeden, die freie Entwicklung aller ist, aus dem Manifest, da braucht es nicht nur theoretische Einsicht, sondern auch ein Handeln, das nicht in Leistung, in der Konkurrenz gebildet ist, sondern in umfassender Liebe und Solidarität. Es setzt sich fort in Aktionen wie dem, dass die Befreiung der Arbeiter nur das Werk des Arbeiters sein kann, wie Brecht das im Einheitsfrontlied aufgenommen hat, wie es aber doch noch viel dringlicher und historisch ganz unerhört für Frauen gilt, deren Befreiung sich die männlichen Arbeiter der Bewegung zu einem späteren eigenen Ziel gesetzt hatten, wenn es an der Zeit sein könnte, während selbstverständlich auch für Frauen gilt, dass es für uns ohne Folgen bleibt, wenn wir unsere Befreiung nicht in eigene Hände nehmen, wie Peter Weiß das spricht. Marx fährt im Anschluss an Fourier fort, dass die Emanzipation der Frauen der Gradmesser für die Emanzipation schlechthin ist und schließt, dass die Revolutionierung der Geschlechterverhältnisse ein konstituierendes Element sozialistischer Revolution ist. Vor allem ist in seinem Konzept enthalten, dass der Mensch erst wird, als Mensch, als natürlich gesellschaftliches Wesen. So ist die Herausentwicklung aus der Brutalität des Tierreichs unabdingbar, mithin Gewalt gegen Frauen ebenso als vormenschlich zurückverwiesen, wie perspektivisch die Beziehungen auch der Geschlechter untereinander in ihrem individuellen Dasein davon bestimmt sind, dass wie der Marx jetzt das Schwächere von Stärkeren gestützt werden. Und schließlich folgt das Postulat, dass die Beziehung der gesellschaftlichen Menschheit zu ihrem natürlichen Laboratorium betrifft, dem wie Marx sagt, Zitat wieder, Arsenal, dass sowohl das Arbeitsmittel wie das Arbeitsmaterial liefert, wie den Sitz, die Basis des Gemeinwesens. Vom Standpunkt, jetzt ist der dritte Band Kapital genannt, kommt jetzt vor, der für die Arbeiterbewegung nicht mehr nötig ist. Vom Standpunkt einer höheren ökonomischen Gesellschaftsformation wird das Privateigentum einzelner Individuen am Erdball ganz so abgeschmackt erscheinen wie das Privateigentum eines Menschen an einem anderen Menschen. Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde, sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer und haben sie als Bonipatris Familie den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Lassen sich die einzelnen Imperative hier für sich genommen eng führen in Wohltätigkeit, die es mit dem Umsturz nicht so ernst zu nehmen braucht? In Elitebildung, die arbeitsteilig ihre qualifizierten Geschäfte betreibt, zum Wohle anderen, wie ein gut ausgebildeter Arzt gut ist für die Heilung Kranker, in Naturschützer, die gegen allzu drastische Übergriffe sich einsetzen, so entfalten die drei Imperative ihre transformative Sprengkraft, sobald sie als gemeinsame aufgerufen sind, wie in ein Kraftfeld mit mehreren Polen uns einzutreten nötigt. Das Postulat endlich, auf welches die Darstellung der kapitalistischen Industrie im Marxischen Kapital zuläuft, nämlich die Reproduktion als regelndes Prinzip der Produktion durchzusetzen, beziehungsweise den gesellschaftlichen Stoffwechsel mit der umgebenden Natur, wieder Zitat, systematisch als regelndes Gesetz und in einer der menschlichen Entwicklung adäquaten Form herzustellen, ist vom feministischen Standpunkt zugleich Leitlinie. das, was sich krisenhaft als ökologische Frage geltend macht, in ein Transformationsprojekt aufzunehmen und zugleich das, was sich als Reproduktionskrise äußert, dem schon eine Kehrbewegung antwortet, also die Fragen der Reproduktion der Menschen selbst auf den organisch sinnvollen Platz zu heben. Das Auftreten von Frauenbewegung als Empörung gegen die Stellung der Frauen außerhalb der herrschenden Kultur verlangt, nach einem weiteren Zugriff auf marxische Theorie. Wo habe ich eigentlich meine Brille hingetan? Hier. Also danach, aus seinem Gedankendepot, wie Luxemburg das sagt, über das bisher Angewandte hinaus, die vorauseilenden Momente ins Heute Brauchbare zu erarbeiten. Kapitalismus raste seit Marx das Kommunistische Manifest schrieb, wie von ihm vorhergesagt über den gesamten Globus, unterwarf seinem Verwertungstrieb alle anderen Produktionsweisen, vernichtete Kulturen und entwickelte die Produktivkräfte der Arbeit in einem Maße, dass lebendige Arbeit immer weniger wird, menschliche Entwicklung also immer größere Räume disponibler Zeit erhalten könnte. Da aber gleichzeitig die Verminderung der notwendigen Arbeitszeit hinter dem Rücken der arbeitenden kapitalistische Herrschaft stärkt und daher alle Entwicklung der Arbeitsproduktivität in Massenarbeitslosigkeit verkehrt, folgt auf der einen Seite Krise auf Krise. Feministischer Marxismus findet sich also vor den großen gesellschaftlichen Fragen vielfacher Krise, der Überakkumulation von Waren, von Geld, Massenarbeitslosigkeit und dem herannahenden Ende der Rohstoffe mit Kriegsszenarien in wachsendem Umfang und der Drohung einer klimatischen Unbewohnbarkeit der Erde vor einem so globalen Problembündel, dass die feministischen Fragen nach der Lage und den Möglichkeiten und Fähigkeiten der Frauen wie eh und je als Kindergeschrei und Kaffeeklatsch beiseite gewischt zu werden drohen. Das Auftreten der Frauenbewegung trifft jedoch noch unbegriffen den Punkt, an dem die ethisch-politischen Fragen, wie wir leben wollen, welchen Sinn unser Handeln hat, für wen und mit wem wir solidarisch streiten, wie Freundlichkeit und Sorge statt Konkurrenz in die Welt kommen, als eine besondere Arbeitsteil vom Treiben der kapitalistischen Produktionsweise abgespalten und bis zum Verschwinden an Frauen delegiert sind, die zugleich keine Zeit haben, weil sie in die kapitalistische Produktion auch schon einbezogen werden. Der sich selbst abhandengekommene Mensch, wie der junge Marx das spricht, benötigt zur Wiedergewinnung die gleichzeitige Anrufung der Fragen des Lebens, wie die der kräftesparenden Produktion seiner Mittel. Für diese Zusammenfügung braucht es einen feministischen Marxismus. Er nimmt den historischen Platz ein, die beiden Produktionen, die des Lebens und die der Lebensmittel, zum Ausgangspunkt zu nehmen und ihre organische Zusammenführung so anzugehen, dass keines über das andere hierarchisch angeordnet ist und so das Leben selbst nicht zum Abfallprodukt der Produktion seiner Mittel wird. Feministischer Marxismus kann als Theorie von Frauenbewegung in allgemeiner Perspektive nicht herausgefordert sein, eine Politik zu entwerfen, die Gefahr läuft, von oben bürokratisch Politikkonzepte zu dirigieren. Die derzeitigen Weltprobleme sind Herausforderungen, sich eine Weltgesellschaft vorzustellen, in der solche Katastrophen aus kapitalistischer Produktionsweise nicht aufkommen. Der Weg eines feministischen Marxismus ist wie bei Marx, auch bei Engels entworfen, bei Luxemburg und bei Gramsci durchbuchstabiert, bei Brecht und anderen exemplarisch vorgeführt, einer, der mit dem Bewusstsein der je Einzelnen ringt. Es geht darum, Hegemonie für eine sozialistische Demokratie zu gewinnen, für eine friedliche Gesellschaft ohne Unterwerfung und Ausbeutung, in der auch alle Frauen selbstverständlich Platz als Menschen haben. Für eine Gesellschaft, in der es überhaupt keine Herren gibt, braucht es keine eigenen Frauenrechte, auch keine Minderheitenrechte, weil alle das Erbe der französischen Revolution angetreten haben, Freiheit, Gleichheit und Solidarität. Die vier in einem Perspektive macht ernst mit diesem Projekt, indem sie als harmloser Weg beginnt von radikaler Erwerbsarbeitszeitverkürzung, Recht auf Entwicklung, Recht und Pflicht praktisch sozialer Verantwortung und Politik für alle, und zwar Politik, die die nächsten Generationen und die Natur, die unsere Lebensbedingung ist, einbezieht. Freilich braucht und bewirkt die Vieren eine Perspektive zu ihrer Verwirklichung, eine Umwälzung der bisherigen Gesellschaft auf allen Ebenen, nicht zuletzt der der Werte und Normen, der Gewohnheiten, des Alltagslebens und der politischen Ethik. So wird sie auf Widerstand stoßen. Diesem zu entgegnen braucht es viele, die diesen Weg überzeugt gehen wollen. Es ist ein langes Alltagsgeschäft. Es ist so notwendig wie vernünftig und allen zugetan. Nennen wir dies das Projekt einer radikalen Demokratie. Fertig. Applaus Widerstand und Untertitelung des ZDF, 2020